Ich fühlte mich auch schon mal fitter, ehrlich, doch. Ach man ey, wieder Schmerzen, Kopfschmerzen. Meine Scheiße, ah das ja. Da kreist der Vogel um mich herum. Was machst du denn da willst du? Kleiderschrank klettern? Ja, okay. Wir bringen nachher einen Computer zur Fantasy Shop. Und dann einen kleinen Einkaufsstelle, ja? Ja, okay. Und zur Netto auch noch Feuerstelle rein. Da will ich ja noch nicht nur zwei, wegen Kretschmer finden. Ja, machen wir. Ja? Ja, machen wir. Ich hoffe, die Kopfschmerzen gehen bald weg und alles. Ach, schuf du Hase. Ich war schon immer, wenn ich was hatte, so... Ach, wie leid ich. Tut halt weh, oh. Ja, das war ein Kandidatproblem bei dir. Die sollte halt auch mal ein bisschen behärzt werden. Ja. Wahrscheinlich hast du recht. Ich fühl mich dumm, müde, ey. Mann! Mann! Mann, ey. Mann, ey. Ja. Ich fühl mich krank, ey. Ich fühl mich krank, ey. Das war die Rieb, das war die Rieb.